Herzlich Willkommen zur B1 Mündliche Prüfung. Mein Name ist Lisa Steiner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die Mündliche Prüfung. Die Mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Sie möchten gerne gemeinsam, am Wochenende, eine Fahrradtour machen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wann das machen? Wer macht mit? Was mitnehmen? Essen, trinken? Was brauchen noch? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind. Fangen Sie damit an. Hallo Thomas, schön dich wieder zu sehen. Ja, ich freue mich auch dich zu sehen. Wie geht es dir? Alles klar bei dir? Mir geht's leider nicht ganz gut. Wieso denn? Also, ich lerne schon für die Prüfung seit Tagen, aber ich kann mir nichts merken. Warum? Ist das so schwer, oder ist das zu viel für dich? Ja, es ist leider sehr schwer und kompliziert. Ich soll viele Sachen lernen, und ich habe leider nicht so viel Zeit. Die Prüfung ist übermorgen. Das kann ich verstehen. Aber machst du regelmäßig Pausen? Ja schon, aber das hilft mir auch nicht. Hm, komisch. Vielleicht lernst du falsch? Ich glaube nicht, dass ich falsch lerne. Ich mache mir einfach so viele Gedanken über die Prüfung. Außerdem bin ich total gestresst und habe Angst davor. Oje, mach dir keine Sorgen, und du sollst aber auch keine Angst haben. Im Notfall, könntest du die Prüfung nochmal schreiben? Ja, da hast du recht. Du, Thomas, hast du Lust und Zeit am Wochenende, eine Fahrradtour mit mir und ein paar Freunden zu unternehmen? Du, Thomas, hast du Lust und Zeit am Wochenende, eine Fahrradtour mit mir und ein paar Freunden zu unternehmen? Ja, gerne. Wie wird das Wetter am Wochenende bzw. wie ist die Prognose? Ja, gerne. Wie wird das Wetter am Wochenende bzw. wie ist die Prognose? Laut heutigem Wetterbericht wird es nächstes Wochenende schön und warm. Wir könnten auch ein Picknick zwischendurch machen. Wir könnten auch ein Picknick zwischendurch machen. An welchem Tag soll die Fahrradtour denn stattfinden? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wie wäre es am Samstag? Wir könnten um 7 Uhr losfahren. Wie wäre es am Samstag? Wir könnten um 7 Uhr losfahren. Ist es nicht etwas zu früh, um diese Uhrzeit loszufahren? Ist es nicht etwas zu früh, um diese Uhrzeit loszufahren? Ich meine, Samstags könnte man auch etwas später losfahren. Ich meine, Samstags könnte man auch etwas später losfahren. Was sagst du? Ja, da hast du recht. An welche Uhrzeit denkst du denn? Ja, da hast du recht. An welche Uhrzeit denkst du denn? Ich glaube, es wäre besser um 9 Uhr. Ist das okay für dich? Ja, abgemacht. Das können wir auch machen. So können wir etwas länger schlafen. Genau. Hast du schon eine Idee, wohin wir die Fahrradtour machen wollen? Genau. Hast du schon eine Idee, wohin wir die Fahrradtour machen wollen? Ich denke, wir könnten durch den Wald fahren. Da gibt es tolle Radwege. Außerdem sind wir dort mitten in der Natur und an der frischen Luft. Da gibt es tolle Radwege. Außerdem sind wir dort mitten in der Natur und an der frischen Luft. Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns mal überlegen, was wir mitnehmen sollten. Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns mal überlegen, was wir mitnehmen sollten. Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall brauchen wir genügend Trinkflaschen. Und für das Picknick sollten wir auch leckere Sachen zum Essen mitnehmen. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Zudem benötigen wir eine Kamera zum Fotografieren. Und wir benötigen auch eine Power-Bank, um unsere Handys aufzuladen. Da stimme ich dir zu. Wir brauchen auch eine Luftpumpe und Flickzeug, falls wir eine Reifenpanne haben. Ja, das machen wir. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir eine Erste-Hilfe-Tasche mitnehmen. Ja, das ist schon wichtig, falls ein Unfall passiert. Ja, das ist schon wichtig, falls ein Unfall passiert. Ich hoffe, dass wir keinen Unfall haben. Ich hoffe, dass wir keinen Unfall haben. Ja, das hoffe ich auch, aber es ist auf jeden Fall besser, eine Erste-Hilfe-Tasche mitzunehmen. Was meinst du, sollten wir die Fahrräder nicht auch überprüfen lassen, bevor wir losfahren? Was meinst du, sollten wir die Fahrräder nicht auch überprüfen lassen, bevor wir losfahren? Ja, das sollten wir machen. In der Nähe von meinem Haus gibt es einen Fahrradmechaniker. Ja, das sollten wir machen. In der Nähe von meinem Haus gibt es einen Fahrradmechaniker. Zu ihm könnten wir hingehen. Wann sollen wir das machen? Wann hast du Zeit dafür? Wir können am Freitag zu ihm gehen, um die Bremsen und die Reifen überprüfen zu lassen. Passt das für dich? Aber, am Freitag ist Feiertag, da hat er geschlossen. Lass uns am Donnerstag nach der Arbeit zu ihm gehen. Lass uns am Donnerstag nach der Arbeit zu ihm gehen. Und wir sollen auch nicht vergessen, das Licht kontrollieren zu lassen, falls es dunkel wird. Ja stimmt, wenn es im Wald dunkel wird, können wir ohne Licht nichts mehr sehen. Wir könnten uns auch eine Halterung für die Trinkflaschen an unser Fahrrad montieren lassen. Dann brauchen wir nicht zu viel Proviant in die Rucksäcke machen. Dann brauchen wir nicht zu viel Proviant in die Rucksäcke machen. Und wir könnten dann auch während dem Fahrradfahren trinken, ohne anzuhalten. Das ist wirklich eine gute Idee. Der Fahrradhändler hat so etwas bestimmt da. Also, treffen wir uns am Donnerstag nach der Arbeit beim Fahrradhändler? Also, treffen wir uns am Donnerstag nach der Arbeit beim Fahrradhändler? Ja, einverstanden. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Jetzt habe ich einen Termin. Ich muss leider gehen. Es ist schon spät. Alles klar. Dann einen schönen Tag noch und bis bald. Alles klar. Dann einen schönen Tag noch und bis bald. Danke, ebenfalls und bis bald. Und bis bald. Dann, bis bald.